Hallo und herzlich willkommen bei RetroTemple. Heute bin ich mal wieder auf die Jagdmachend Ticket und heute spielt Idle Heroes. Viel Spaß. Okay, es geht los. Erstmal Anmeldung. Annehmen. Dann haben wir gleich noch Gold. Oh, ich hab noch keine Würfel. Flügel. Da hab ich noch keinen von. Du kannst dich auch nicht holen. Also wurscht. Warte jetzt. Zack, zack, zack. Oh, okay. over. Oh, okay. Okay, tschuld? Okay, tschuld? Das ist aber auch schon der Hauptsache. Also das ist der Haft. Oh, okay. Oh, okay. Okay, tschuld? Ich habe ein Büro für Gelder, Trotropium, Technik. Ok, und jetzt geht es nicht weiter. Siedlung. Was müssen wir da machen? Siedlungsmission. Siedlung. Siedlung. Gildenkrieg. Gildenkrieg. HCE. Alter. Kämpfen. Gildenkrieg. Gildenkrieg. Ach, ich muss ja erstmal schneller machen, oder? Gildenkrieg. 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 Giltrieg. Gildenkrieg. 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 Ferne, abholen, ok, schnell einsetzen, bestätigen, 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 huu, nice, das hier auch, bestätigen, huu, nice, ich bin beeindruckt, dann mal meine Insel anschauen, ok, hier kann man ja auch einmal alles anbauen, wo war das, ich dachte, zumindest soll es hier offen werden, naja, wurscht, 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 siebzehn, fünzehn, neunzehn, einundzwanzig, fehn, 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 fehn. Ja, Abenteuer, oh, ich habe einen neuen bekommen, was muss ich denn machen, von dem ganzen, den hab ich schon, den hab ich noch nicht. Alles ist über dir. Mach den mal. Halper 140, passt schon. Start. Da. 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 Habe ich jetzt schon den einen bekommen. Da. Schon anderer, aber egal. Da. Ich glaube, ich muss den erst noch raus holen, ja. Aus das Puzzleteil. Ja, also hier ist er nicht, ich sehe es zumindest nicht. Dann nehmen wir nochmal den anderen, den hier. Puzzleteil. Und schneide allem einfach. Viel weiterhören. Spür rein. Schön. Stadt. Waaaaaaa. Ich hätte da drauf drücken müssen. Stefan. Fuck So, jetzt kämpfen, ja, okay, bestätigen, ich sehe ein bisschen kein Spiel, eins, zwei, drei, dritte, halb, ja, blündern, das ist ein bisschen, aber wir kämpfen trotzdem, zwei, bestätige, noch zwei, drei, okay, okay, noch mal free, okay, Platz habe ich, da ist ein bisschen, da ist ein bisschen, da bestehe doch mal, oh, dafür noch zehn punkte, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, betreten, betreten, rób, 춰b, DIN 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 Match up Kämst du? So Warte ihn, besieg ich BAM 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 Wende mal mit DIN Übernehmen DIN DIN ляются DIN 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 Ich muss von nebenhin aufruhen, ja. So. Nice. Den bestimmt wieder gern. Ah, und den. Genau. Vernehmen. Jawohl. Kämpfen. Den weg. Und den rein. Kämpfen. Hiervon brauche ich... Keine. Nur mit dem. Kämpfen. So. Oh, hier. Der ist Hammer. Schon wieder den. Den haben wir doch schon dreimal. Oh, das gibt's doch nicht. Nochmal den. Ja, sicher. Tja. Vernehmen. Direkt der ein. Und freude Kämpfen. So, da war nichts interessantes dabei gewesen. So, da war noch mal den. Angriff. Guck mal, da ist schon wieder so einer. Oh. Das ist wirklich... Wir haben alle den gleichen Geschenk gekriegt. Oh, viel Gott. Gut. Und das war die Stern-Arreger. Und der dritte kommt ich noch nicht ran. Da habe ich soweit hier alles. Dann will ich schnell in meine Mission vielleicht machen. Herzenspende abholen und zählen. Das war einmal am Wunschpunkt. 1 2 Ok. Einen Kauf auf dem Markt. Das kostet Geld, das Kaufwahl. Mit jemanden reinkaufen ist doof. 2 mal auf erhalten im Schlacht. 3 mal auf erhalten im Schlacht. Ok nochmal, dann bin ich fertig. Aber erst probiere ich. Mal wieder weiter zu kommen. Was stimmt da? 13, jetzt muss ich kommen? Ah. 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 Schön. Also, aber ich komm nicht viel weiter. Kampf. Oh, das ist schön noch besser. Oh, das ist schön noch besser. Nächster Angriff Bestätigen Nächster Angriff Einer Daumenwein Zweiter Daumen Nächster Angriff Nächster Angriff Nächster Angriff Nächster Angriff Nächster Angriff Nächster Angriff Wow. Und da bräuchte ich am besten ein Lila-Limpf für Hubschneid. Eingertrautend. Hui. Und da bräuchte ich den Lila-Limpf für Hubschneid. Und da bräuchte ich den Lila-Limpf für Hubschneid. Hui. Boah. Das war mal knapp. Jawoll. Und keiner von meinen stirbt. Das ist doch mal gut. Kann man auch zurückgehen? Jo. Will ich aber nicht. Ich will vorgehen. Vorwärts. Immer weiter. Vorwärts. Das ist der Boss. Von Kapitel 10. Soll ich lachen oder weinen? Okay, ich schweige. Ah. Ist da einmal nicht gekommen. Warte. Keiner. Hu. Hör mal ab. Sind meine Dailies für heute schon mal fertig? Aber. Ich bin noch nicht ganz fertig. Jetzt. Komm noch einmal. Das Ausrüsten. Nach Schmiede. Da ist die Schmiede. Und den kann ich achtmal verbessern. Nice. Zweimal verbessern. Wuuu. Okay. Und den einmal. Oh, schade. Mal geht's. Einmal verbessern. Zweimal. Zweimal verbessern. Okay. Gar nichts. Oh. Hier. Hier war vier. Einmal. Einmal. Oh. Da waren noch zwei drin. Da waren auch noch zwei. Okay. Uuuu. Super. Mehr. Okay. Ich schmiede den. Jetzt gehen wir auf Helden. Und ich werde den hier probieren. Ich weiß, wie es geht. Aufs Leveln. Schaffst du 140? Ich glaube nicht. Oder? Oder doch? Ich weiß es nicht. Nein. 120 geschafft. 120. Ich habe sogar den geholfen. Ja. Kann ich auch nicht. Ähm. Dann schauen wir mal. Haben wir noch einen? Ein, der noch kein 100 ist? Von den 5-Stern-Leuten? Da. Entwickeln. Ah. Ich wollte doch erstmal die anderen alle. Fünf Stern. Soweit auf 30 bringen. Der noch fünf. Der hat. Ah. Der war. Wrong. Okay. jetzt kommt das automatische Ausrüstung es ist so gut, es ist so gut jawohl ja, das ist so wichtig aber ja, wir machen es mal, 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 mal Was mir gerade einfällt, was ein bisschen doof ist, was ich gerade mache. Ich rüste erst die Leute aus und danach möchte ich sie aufleveln. Da auch, zack, und da auch, zack, und hier auch, hier auch, hier auch, jetzt kommen noch die ganzen Kleinen. Warte. 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 Fünf Stellen, der darf noch. Ah, der nicht mehr. Wieso? Oh, ich habe einen neuen. Fürs Jungs kann ich das tun. Schnell, automatisch, zehn, habe ich nichts. Schnell, habe ich auch nichts. Sechs, auch nichts. Nein, auch nichts. Von denen kann ich schon noch keinen fusionieren. Ich wollte hier mal die kleinsten aufheben, ja. Ah. Ah. War ein anderes Stück. Ach, nee. Nicht aufheben. Löschen. Ich brauche Platz. Tschüss. Euch, Paar. Machst du zu. Kann man die Level 3 auch aufleveln? Ach. Ach. Fünf Sternen ist das, ne? Und das ist Sternchen, lila. Das sind die normalen. Fünf Sternen ist. Und hier sind vier Sternen ist. Weil drunter geht nicht. Speichern? Ach. Ach. Ich kann ja auch suchen, welches ich speichern möchte. Ach. Ich möchte keine Speicher annehmen. Wofür sparen ich? Es weg ist es weg, oder? Ja. Bleibt ja sechs Stellen, habe ich auch noch. Aber nichts. Und dann noch einmal so beschmucken. Einmal zehn Beschwerden. Okay. Kann ich nochmal zehn? Okay. Ich glaube, das war's, oder? Ja. Und das geht immer noch nicht. Muss VIP 3 sein. Alter. Die drei haben es weg. Die drei haben es weg. Zerlegen. Zerlegen. Puh. Das ist gut. Zerlegen. Zerlegen. Okay. Das ist gut. Alle. Genau. Hm, da ist es. Wenn so ein Sternchen dabei ist, heißt es, ich kann sie aufleveln. Hier ist kein Sternchen, also geht das nicht. Schau mal bei dem. Was gibt es noch nicht? Wie fehlt noch? Ach, 1700. Na gut. Dann können wir mal beim Fünfer schauen. Fünfer. Der hat das auch noch nicht. Weil der nur nicht auf Höchstlevel ist. Höchstlevel hat das auch nicht. Okay. Okay. Na, egal. Mit den Sternen geht das. So. Und den lassen wir mal spielen. So. Die haben Stappen. Die haben Stappen. Die haben Stappen. Ich würde dann einfach Tücher nehmen. Wo ist der hier? Da fehlt noch ein bisschen was. Na gut. Und beim nächsten Mal wissen wir mal Bescheid. Dann kriegst du, ne? Einen nächsten Sticker. So. So. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sehr gut. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen. Bis dann. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.